Nice. Ja, der geht auch wieder rein jetzt. Was ein Tier. Moin Moin. Arne und ich sind wieder unterwegs. Wir sind gerade angekommen. Arne baut sich da vorne auf. Ich hier, wie man unschwer erkennen kann, ist heute ein Regenwettertag. Und das hält uns trotzdem nicht ab, ans Wasser zu gehen. Ja, ein Out-Round-Ansatz wäre das heute. Ich werde da vorne, da werde ich wohl eine Pose auf Hecht hinlegen. Ein Köderfisch. Und hier werde ich dann irgendwie auf Schleie, Pipapo. Und hier vorne auch nochmal eine auf Schleie, Pipapo. Moin Arne. Ja, wir sind heiß heute. Jetzt hat es gerade mal aufgehört. Ich habe schon ein bisschen aufgebaut, aber der Rest fehlt noch. Das Wichtigste, die Routen. Ja, und das werde ich jetzt machen. Kennt ihr ja von mir schon. Okay, und ihr könnt zugucken. Bis gleich. Jetzt ist ein Sechlekopze. Auf Wiedersehen. Das war's für heute. 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 Ich kann auch nicht so viel filmen hier irgendwie. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.